Moin moin, willkommen zurück bei den Schliegen Gamern und bei Neverwinter Nights der Enhanced Edition. Mit dabei habe ich immer noch den Giroldolo, hallo Giroldolo. Na das ist ja ein Zufall, hier liegen sieben Bolzen rum, das ist ja schön, ich bolze hier manchmal was raus. Wir erkunden gerade immer noch die Oststraße und die ist finster und Trolle laufen rum, fast wie im richtigen Leben. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Das ist Geth, das ist ein Wehrwolf. Hallo, Hilfe. Geh nicht zu dicht ran, Shavin hat es gleich hinter sich. Da hat sie es hinter sich. Ich muss das hier wieder alleine machen, ich sehe das schon. Der wird gleich noch wieder mit mir reden, also zieh deine Leute nicht, dass die dich automatisch wieder angreifen. Ich mache mal ein magisches Geschoss. Okay, kann das aufhören, ich glaube, der wird jetzt gleich... Ja, 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 weg, 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 weg. Lino muss weg, mach Lino weg. Ja. Mach Rechtsklick auf Lino und sprück auf Folgen. Rechtsklick Lino und auf Folgen. Was ist denn mit dir? Rechtsklick und auf Folgen. Ja, mach ich auf die ganze Zeit. Nee, machst du nicht. Ach, Gerold. Ich glaube, wir laden das nochmal. Das muss schneller gehen. Rechtsklick folgen. Das ist doch so schnell. Ja, aber sobald die angegriffen wird, greift sie ja trotzdem wieder an. Ja, das warst du halt die ganze Zeit. Ja. Okay, wir laden das nochmal. Das ist ja der übelste Abfuck. Und dann gucken wir gleich mal, wie man das macht, wenn man das richtig macht. Bis gleich. So, also ich meine, das scheitert ja wieder mal. Also ich glaube, hier dürfen wir laden, Geroldelo, soll ich auch sagen, warum. Na, weil das ja daran scheitert. Es scheitert ja nicht daran, dass wir ihn töten wollen oder so, sondern es scheitert ja an der Bedienung des Spiels. Das ist ja nicht unsere Schuld. Okay, aber also du darfst mir natürlich trotzdem helfen, ne? So ist das nicht. Okay. Alter, der kann ja noch reden. Also je mehr von deinen Leuten, den er abräumt... Okay, es ist wahrscheinlich gleich soweit. Rechtsklick folgen. Sehr gut. Die Spinne auch. Wer seid ihr? Ah, ich habe einen Silberamulett, Mann. Von Neurig. Nimm es. Erfolg. Ich nehme es. Ja, das war besser. Ich bin wieder ein Mensch. Hurra. Ein Traum, aus dem ich aufwachen werde. Lasst die Wahrheit sein. Oh, nehmt meinen Ring und bringt ihn zu Neurig. Okay. Gath Ring. Das haben wir aber gut gemacht. Fast beim ersten Anlauf. Shaolin hat es natürlich trotzdem gerissen. Also insofern bleibt alles beim Alten. Hier ist noch eine Truhe, die sollten wir uns vielleicht angucken. Und, ähm, dann gucken wir mal auf die Karte. Sehr gut. Ich fürchte, den dritten, den dritten Jungen werden wir dann wahrscheinlich erst Richtung Köhlerwald finden. Ja, und, äh, das heißt, wir geben auch nicht alle Aufträge, doch den Druidenauftrag werden wir abgeben können, ne? Wo führt dieser Weg hin? Ah, die führt nach Köhlerwald. Okay, alles hängt auch noch irgendwie miteinander zusammen. Das machen wir aber jetzt nicht. So ein bisschen wie bei Diablo. Da hängen die Gebiete auch immer komisch zusammen. Tja, naja. Hier ist wieder eine Rampe, die man runtergehen kann. Hier ist auch noch eine Höhle. Und hier sind wieder malerische Wasserfälle. Und, lass mich raten, da drin sind bestimmt sehr viele Trolle. Oh, Alter, hier ist aber viel. Das werden Trollhöhlen sein. Da freue ich mich schon auf. Die wissen, wo man langgehen muss. Die werden uns gleich treffen. Ich pflündere hier schon mal. Ja, 19 Gold und ein beladener Wagen. Hier sind die Händler, das sind die Händler, die gehandelt haben mit Let's Harp. Die sind jetzt alle tot. Das hat Dino gequält. Ja, die hat sich verdient. Da fehlt es auch gerade meine ganzen Viecher. Haben sie auch verdient. So, wir müssen eh rasten. Ja, das sagst du so. Ich sehe uns gleich schon wieder munter laufen. Ja, dann kriegen wir den einen. Dann kriegen wir den einen. Okay. Wie du das sagst. Ich kümmerle den Haken. Haps. Okay, sehr gut. Das hat doch viele EP gebracht. Alle Gefährten sind oben. Ja, dann schaffen die auch ihren Reflexwurf nicht. Irgendwie sind wir wieder ganz alleine hier. Ja, total ungewohnt. Ja. Ich kann noch, warte mal, das kommt mir auch ein bisschen nicht so gut vor. Shagans getreue Klingel, Carsten. Die kann er mal loslegen. Die hat immerhin vier Trefferpunkte. Die haut keiner so schnell aus den Latschen. Ja, ich glaube, wir kommen gar nicht zu dem hin. Der steht auf einem anderen... Der steht auf einem anderen... ...Hügel oder so. Die Spinne weiß vielleicht, wo es lang geht. Ja, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Oh, der kommt von hinten, kommt noch was. Was? Noch was. Oh. Hops. Wenn wir eh rasten müssen... Okay, dann gehen wir mal hier außen rum. Man sieht hier aber auch so gar nichts. Jetzt hätten die hier die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Hier vorne geht's runter. Ah, so. Das. Den. Das. Das. Und dann weiter geht's. Ich bin noch da, Giroldelo. Ich bin noch da. Die haben auch eine Regeneration. Das ist natürlich... ...miese Krise. Wir müssen ja eh rasten. Bevor wir in die Höhlen gehen. Guck mal, da ist er doch. Jetzt steht er da oben. Ach so, guck mal, der ist da runtergekommen. Hier ist so ein Gebietsübergang. Ist ja lustig. Oder was? Wie ist der denn da runtergekommen? Kannst du mal so gucken, wo... ...eingang zu den Trollhöhlen ist da. Ja, die stehen da echt... ...die sieben Meter Feldweg da oben. Und, ähm, können... So. ...18 EP. 1 plus 11. Alter, der hat immer echt... ...n Höhlen-Zwurf mit plus 11. Ja, also hier sind Trollhöhlen... ...und dann sind hier noch andere Höhlen. Ich würde vorschlagen... ...wir rasten. Wer rastet, der rostet. Aber wir rasten, holen uns unsere Gefährten zurück... ...und dann gehen wir ab in die Höhlen, ne? Ja. Da müssen die Archäologen doch noch ein bisschen warten. Aber die haben ja ihr Lager da abgesteckt. Und ich nehme an, wenn dann irgendwas rausfinden soll... ...dann dort... ...ähm... ...hol du mal deine Lino zuerst zurück. Und dann übergebe ich dir die Führung und hol... ...hol, ähm... ...die gute... ...Sharwen mal wieder ab. Und dann, wir müssen dringend... ...Sharwens Geschichte zu Ende hören. Wir müssen dringend eine Stufe aufsteigen... ...damit wir wissen, was die eigentlich haben wollen... ...und suchen wollen... ...damit wir denen das geben können. Denn, also ich brauche dringend einen anderen Gefährten. Das nervt ja nur. Also, die stirbt ja die ganze Zeit, ohne irgendwas zu können. Okay, du bist wieder da, ne? Ja, okay. Führung übergeben. Rückrufstein. Ab die Post. So, zu sterben war nicht schön, ne? Zu sterben. Okay. Alles klar. Ich, ich sehe es ja ein. Wir sollten die Strategie ändern. Nimm mal Fernkampfwaffen. Ich kann hier anklicken. Bitte stirb nicht wieder. Kann ich sie in die Stufe aufsteigen lassen? Kann ich irgendwie... ...hat sich erledigt. Okay, dann zurück. Kostenlos. So. Bist du bereit? Ja, ich pippe noch ein bisschen. Alles klar. Hä? Warte mal. Strategie ändern. Verwendet in der Schlacht eure... Alles gut. Nahkampfwaffen statt der Fernkampfwaffe. Verwendet Fernkampfwaffen. Okay. Haben wir gemacht. So. Bist du bereit? Du musst ja Schutz für Energie nehmen, weil du ja an dort... ...und ein bisschen Feuerwellen rumbleibst. Ah, ich habe schon im Auge, wen man da treffen darf und wen nicht. So, ich bin bereit. Ja gut, dann lass mal rein hier. Das sind Trollhöhlen Ebene 1. Trolle werden doch bestimmt keine Fallen hier einbauen. Das wäre ja Quatsch. Ja, ich meine vor allen Dingen, die regenerieren ja. Also die könnten ja... Oh, das ist es hier sogar eine Falle. Wäre natürlich doppelt Witter, wenn es eine Säurefalle oder eine Feuerfalle wäre hier. Ja. Haben wir. Das ist für 9. Und alles für 10 Gold. Okay. Hier ist ein junger Troll. Ich glaube, er wird nicht mehr alt werden. Die pennen ja auch einfach. Da hinten liegt noch einer wieder auf dem Fußboden rum. Deine Spinne denkt, sie holt schon mal den Rest der Gegner auch noch ab. Na ja, Wegfindung und so. So, haben wir... Sie bringt noch einen Ogre mit. Ja, ich sehe es. Die haben geschlafen, aber nicht richtig geschlafen. Der Ogre wurde aber von der Schreckenspinne eiskalt gemacht. Muss man ja sagen. Die Viecher sind nicht schlecht dabei gesprungen. Ja, die werden natürlich mit der Zeit immer schlechter. Aber selbst dann, ne? Guck mal hier, dein Fenriss fängt ja auch 75 Trefferpunkte ab, die wir nicht passieren. Ja. Ja. Ja, deswegen. Also Rindenhaut auf die Viecher zu machen, ist echt gut. Ja. So. Quatsch. So. Guck mal, Schaben jetzt im Fernkampf. Absolut. Die steht jetzt noch wieder weiter hinten als ich. Ja, aber es ist gut. Aber dafür überlebt sie natürlich. Ja. Doppelklingenschwert ist nun auch irgendwie so eine Waffe. Da kannst du dir gar nicht ausdenken, warum sie die trägt. Die hat... Oh, na gut, Alter. Come on. Die hat 18 Stärke. Gebuff. 18. Als Bardin. Ja, die ist halt stark. Die trainiert halt. Tiefer in die Höhlen geht's da. Aber ich nehme an, wir gehen erst mal hier lang. Fallen. Ich glaube nicht dran. Da ist noch ein Ogre. Okay, wir werden ausgemärbt. Das wird euch euer Leben lang zeichnen. Bis er da ist. Das wird euch euer Leben lang zeichnen. So, Gelegenheitsangriff. Die sind auch nur noch 7 EP wert. Also die sind wirklich ganz arme Schlucker mittlerweile. Er rennt auch stumpf an dir vorbei. Hey, ich habe das Tagebuch von Synth Laneral gefunden. Das ist hier, hier liegt das. Ja. Das kannst du dir schon mal nehmen. Ich, äh, in diesem Tagebuch finden sich die persönlichen Gedanken und Aufzeichnungen eines elfischen Archäologen namens Synth Laneral. Kannst du schon mal nehmen? Die Leiche des Synth Lanerales? Ja, vielleicht. Ich nehme an, das ist ein Tagebuch-Dieb. Also das kannst du ihr ja noch nicht geben, weil wir erst den dritten Teil ihrer Geschichte hören müssen. Ähm, aber wir haben es dann schon mal immerhin. Oh, hier war eine Falle. Ich habe offensichtlich meinen Wurf auch nicht geschafft. So eine Kacke, ey. Zwei plus zehn. Ja, na gut. Oho, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Aber wusste ich doch, dass das irgendwie in den Höhlen, in irgendwelchen Höhlen drin liegt hier. Ich werde trotzdem wahrscheinlich Elino behalten. Ja, ist gut. Ja, wir tauschen den Rest ja nachher einfach nur durch. Also um die Geschichten zu hören. Ja. Oh, Trollhäuptling. Der kann zaubern. Hallo junger Mann, bitte hören Sie auf zu zaubern. Hier, so sieht Zauber aus. Oho, das Pass. 21 Chancepunkte. Der hat aber auch wieder viel Leben. Ich glaube, wir haben ihn. Ah, der sieht doch gut aus. Der ist doch gleich Fritz. Ja. Ja. Wir müssen dringend eine Stufe aufsteigen, damit wir diese dummen Geschichten zu Ende hören können. Jetzt erzähle ich... Ich sehe nicht. Also ich habe jetzt 41.700. Ja, und ich habe 42.700. Weiß der Teufel. Fallen entschärfen. Da fehlen aber trotzdem dann noch 2.000 bis 3.000 EP. 19 Bolzen. Das ist ja gar nichts. Ach, guck mal. Irgendjemand sucht aber wahrscheinlich den Kopf des Trollhäuptlings. Wie ich darauf komme... Der Kopf wiegt auch... Kannst du mitnehmen? Ja, er wiegt auch nur ein halbes... Also 0,5 wiegt er auch nur. Ja, realistisch halt. Realistisch halt. Für eine G-Kreatur. Eine Armbrust plus 2. Eine leichte. Okay, jetzt fängt man an, die Waffen plus 2 zu finden, also. Naja. Kannst ja mal dran fühlen, was man wohl im dritten Akt dann findet. So, das hätten wir. Ja, da müssen wir wohl mit irgendwem reden, der nicht von Trollen gegessen werden möchte. Hier ist auch eine Falle hinter. Überall findet sich der Kult. Du musst gar nicht danach suchen. Die sind ja so doof, die laufen in dich mit Absicht rein. Ja. Ja, und wenn nicht, haben sie immer noch Tagebücher. Ja. Hier geht's einfach weiter. Naja. Ich glaube, das ist der Ausgang... Ja, Ausgangsfreier. Das wäre der andere Eingang gewesen. Das checken wir aber gleich nochmal gegen. Und der Mann von Lino, der hatte halt Bock, hier irgendwie in der Trollhöhle archäologische Ausgrabungen vorzunehmen. Und der hat dann so einen Trupp grünhäutiger Leute angeheuert. Und sich nichts Böses dabei gedacht. Ich gehe einmal kurz rausgucken, ob das die... Ja, das ist die andere... Ist der andere Höhleneingang. Genau. Sehr gut. Und dann können wir wahrscheinlich links wie rechts tiefer in die Höhlen gehen. Man verbringt hier wirklich auch viel Zeit in Höhlen. Ja. Und nun Drachen haben wir noch nicht getroffen. Aber wir wollen es mal nicht beschreien. Ich glaube, man trifft aber auf jeden... Ich weiß, es gibt... Es gibt Drachen hier. Oh, warte mal. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Feuerball. Oder wie ein Feuerball. Ah, du klar, ein Schreckensbär. Ja. Wenn ein Schreckensbär auf mich zurennen würde, da würde ich hoffen, dass ich mit meinem kleinen Drehbeinchen schnell laufen kann als irgendwer sonst. Da hast du, glaube ich, gar keinen Bock. Ja, aber Bär sind tatsächlich ziemlich schnell im Laufen. Ja, aber vor allen Dingen, aber so ein... Ja, du musst ja nicht der Schnellste... Du musst ja nicht schneller als der Bär sein. Du musst ja nur schneller sein als der Langsamste, der mit dir wegläuft. Ist doch klar. Ja, ist wie bei einem Hai, ne? Ja. Nee, aber ich meine, guck mal, so ein Bär ist ja schon groß und schwer und stark und diese Schreckenstiere sind ja immer noch mal wuchtiger und so. Ja, doppelt so groß. Woher muss ja der Begriff Schrecken ja auch herrühren? Hier ist einfach mal eine leere Kiste. Ich raste aus. Die Kiste habe ich schon abgeräumt. Guck mal, hier geht es noch zu den obersten Höhlen. Wo soll das denn noch hinführen? Ach doch, wir hatten ja ganz am Anfang noch irgendwie so eine Höhle gesehen. So eine Falle an der Truhe. Ja, mache ich mal eben weg. Die ist auch abgeschlossen. Nur nicht kämpfen. Gut, die Falle haben wir ja. SG 15, das war nicht so schwierig. Schleser öffnen für 13 Gold, haben wir auch. Was ich ganz gut finde, ist tatsächlich, dass der Schwierigkeitsgrad immer dabei steht. Hier ist eine Notiz aus der Trollhöhle. Ein handschriftlicher Brief, der durch Blutflecken nur noch teilweise zu entziffern ist. Liebe Amartia, diese Höhlen sind tief und gefährlich. Wir entdecken immer neue Ebenen, doch ganz unten liegen Gebäude und die Krypta, die wir suchen. Wir haben versucht, Darius rauszuholen, konnten aber nur noch mit Mühe und Not entkommen. Wir versuchen es morgen noch einmal, Geliebte. Ich hoffe, ich finde eine Gelegenheit, dir diesen Brief zukommen zu lassen. Alles Gute sind Slunt-Laneral. Hm, verdächtig. Ja. Okay, wir sind im Lagerungsbereich der Trollhöhle angekommen. Da steht Yannis. Guck mal, wer ist denn Yannis? Das ist doch eine Vettel. Erzähl mir nichts. Das ist eine alte Frau in der Höhle. Wer ist das denn? Ihr seht nicht aus wie dieser hässlichen Trolle. Was macht ihr hier? Ich vertreibe die Oger. Wer seid ihr und was wollt ihr? Mein Name ist Yannis und ich war Gefangene dieser Monster. Nun sowas ähnliches. Wie meint ihr, eine Art? Warum erzähle ich euch nicht einfach die ganze Geschichte? Darauf brenne ich tatsächlich. Ja. So ist es einfacher. Wisst ihr, ich bin nicht nur eine Magierin, die einiges erreicht hat, sondern auch von Archäologie fasziniert. Wir hätten doch zuerst zu den Archäologen gehen sollen. Ich war mit einem Trupp Archäologen unterwegs. Wir erforschten diese Höhlen. Ein ungewöhnliches Muster an einer Höhlenwand erregte meine Aufmerksamkeit und ich wurde versehentlich von den anderen Archäologen getrennt. Dann hörte ich Schreie. Aha. Die anderen wurden von den Trollen und Ogern angegriffen, stimmt's? Da seid ihr von alleine drauf gekommen, was? Naja, als ich an die Stelle zurückkam, wo die gewesen waren, waren sie alle entweder tot oder geflohen. Ich machte mir große Sorgen um meinen Sohn, Rewat. Er ist ein bisschen langsam im Kopf. Ich sah mich kurz um und bemerkte, dass er nicht unter den herumliegenden Leichen war. Und siehst du, der konnte nämlich schneller laufen als die langsamsten. Dann kam der größte Troll in die Höhle, den ich gesehen habe. Er schien überrascht, mich zu sehen und das hat mir das Leben gerettet. Er fing an zu brüllen und die anderen zu rufen. Ich kam... Dann kam er in Riesensätzen näher. Ich fing an, einen Zauber zu wirken, aber als ich das Blut an seinen Klauen sah, verhaspelte ich mich mit der magischen Formel. Ich hatte ihn in Otilukes unverwüstliche Sphäre einsperren wollen. Das ist ein sehr seltener, aber nützlicher Zauber. Ja, ich nehme mal an, sie hat sich selbst eingeschlossen. Was geschah dann? Der Zauber richtete sich gegen mich und schloss mich ein. In ein körperumschießendes und dringliches Kraftfeld. Ich konnte mich nicht bewegen, aber die Trolle konnte mir auch nichts tun. Und dann bin ich natürlich trotzdem nicht verhungert. Ich glaube, sie waren derart beeindruckt, dass sie mich für eine Göttin hielten. Okay. Eine Göttin? Warum glaubt ihr das? In dieser Schale war gerade genug Platz, dass ich sprechen konnte. Als ich sprach, sie mir aber nichts tun konnten, fingen sie an, sich vor mir niederzuwerfen und mir Geschenke zu bringen. Ich konnte sie zwar nicht annehmen, aber sie brachten sie trotzdem. Und jetzt komme ich zum schlimmsten Teil. Obwohl ihr alle Trolle und Oger getötet habt, komme ich nicht frei. Ich weiß nicht, wie lange der Zauber noch wirkt, aber ich werde sterben, wenn ich nicht bald hier rauskomme. Okay, wie soll ich euch helfen? Ihr müsst Reward finden. Er hat einen Ring, der seinem Vater gehört ist. Das ist auch wieder so eine richtig komplizierte Konstruktion. Der Ring ist mit einem einmal wirkenden Aufhebungszauber versehen. Warum auch immer so ein Torfkopf den haben sollte. Ich habe ihn erschaffen, um Reward vor Magieanwendern zu schützen, die versuchen könnten, mir zu schaden, indem sie mein Kind schaden. Ich finde auch den Tagebucheintrag toll. Die Mutter des Einfallspinsels. Okay, wo finde ich euren Sohn? In der Nähe der Höhle. Wir hatten in der Nähe ein paar Unterkünfte. Dort ist vermutlich mein Sohn und macht sich Sorgen. Ihr solltet euch beeilen. Der Durst bringt mich langsam um. Okay, schau mal einer an. Das heißt, Vorschlag zur Güte. Wir klären diese Höhle noch. Also, das machen wir jetzt noch. Und dann suchen wir Reward und hoffen, dass es nicht er hier ist. Nee, er hat nur ein Gegengift dabei. Hast du hier schon die Sachen gelootet? Nee. Okay, dann machen wir das auch noch. Hier sieht es ja leerer aus. Kugel der Unverwundbarkeit. Cooler Zauber. Kann ich leider noch nicht wirken. Oder ich habe ihn schon. Ich habe nicht die nötige Stufe. Es ist doch traurig. So. Katzenhafte Anmut als Trank. Eine Truhe, die man aufsperren kann. Da ist ein Troll-Berserker da gegenüber. Ah, Q. Okay, Fenris kennt den Weg. Ich spinne nicht so. Ich spinne es halt zu dumm. Naja. Wir brauchen Quest-Equip für Waldelo. Das ist das, was uns nach vorne bringt. Ja, die Monster bringen jetzt tatsächlich kaum noch Empfehle, ne? Ja, aber das ist immer so. Dafür sind das halt super viele. Also, die... Guck mal, der brachte jetzt 92, weil er ein besonderer Troll war. Aber die anderen Trolle brachten ja dann nur so 15 bis 20, ne? Ja. Okay, hier ist eine Sackgasse. Hier sind aber Truhen. Und irgendjemand macht sich auch immer die Mühe, die Menschen noch aufzuspießen, die hier dann gefallen sind. Ausdauer. Mhm. Das heißt, Mensch am Spieß schmeckt halt besser. Man sagt so so. Da war übrigens eine Falle drin. Ich schaffe auch nie... Ja. Ich schaffe auch... Äh, was ist mit mir los? Ich bin auch noch gelähmt. Ja gut. Also, wir looten das offscreen. Wir sind beim nächsten Mal bei den Archäologen, wenn nichts Großartiges passiert. Also, haut ihr rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.